Zu Beginn legt der Augenchirurg einen Schnitt von nur 2 mm Durchmesser an. Zusätzlich wird ein noch kleinerer Zugang von ca. 1 mm benötigt. Die vordere Kapsel der Augenlinse wird mit grösster Präzision kreisrund eröffnet. Der Patient spürt hiervon nichts. Unter Zuhilfenahme eines Ultraschallcomputers wird nun das Innere der Linse ausgelöst und aus dem Auge abgesaugt. Der Halteapparat, die sogenannte Linsenkapsel, bleibt bei dieser Technik erhalten. In diese Linsenkapsel wird die Kunstlinse implantiert. Sie wird in gefaltetem Zustand in das Auge eingebracht und entfaltet sich dann im Augeninneren von alleine wieder.